Sie hören, eine Produktion des Podcast Imperiums. Willkommen zur vorerst letzten Ausgabe von Game of Nerds, der Game of Thrones Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie schon die gesamte Staffel, das Forever Nerd Girl Anja. Hallo. Und der geschätzte Nerdizist Michael. Ein letztes Mal Valar Morghulis. Ja, das wird wirklich eine Folge heute werden, wo ich sehr gespannt drauf bin, wie eure Meinungen sind. Wir haben ja vorab schon einige Umfragen online auf unseren Medien gestartet und zu den Ergebnissen kommen wir gleich. Wir müssen uns dann auch mal überlegen, lieber Michael, was wir denn jetzt machen mit unseren ganzen neuen Hörern auf Spotify. Nochmal hallo nach Spotify, aber natürlich auch hallo in sämtliche Podcatcher da draußen dieser Welt. Was machen wir denn danach? Wollen wir das am Ende der Sendung vielleicht nochmal kurz ein bisschen besprechen? Hast du schon ein paar Ideen? Ideen sind zuhauf da. Ich meine, Game of Thrones ist vielleicht vorbei, aber das Lied von Eis und Feuer noch lange nicht. Ja, dann bin ich gespannt, deine Ideen gleich zu hören. Aber ganz kurz nochmal eben für alle, die jetzt sagen, Mensch, schade, dass ich die Game of Nerds so schnell nicht mehr hören kann. Wo könnten sie uns denn noch hören und was haben wir denn noch im Angebot? Ja, Nerdizismus.de ist ab jetzt Name of the Game für euch, denn wir haben nicht nur die Game of Nerds, nein, wir haben auch ganz viele andere Podcasts. Wie gesagt, Nerdizismus.de, da findet ihr auch die Links zu Spotify und iTunes und Google Play müssen wir auch mal draufpacken. Da findet ihr auch unsere ganzen Social Media Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, wo ihr uns alle fleißig schreiben könnt. Und ihr könnt uns auch immer natürlich gerne eine Info an Nerdizismus.de schreiben, sowohl zu den Game of Nerds, wo wir nochmal schauen, wie wir hier weitermachen können, als auch zu Serien über Star Trek, den Trek Nerds oder Walking Dead, läuft ja auch immer noch weiter. Nächstes Jahr 2020 geht es mit den West Nerds weiter, also Westworld. Cosplay startet demnächst auch wieder. Wir haben so viel im Programm, da braucht ihr gar nicht mehr abschalten. Und ihr könnt uns jetzt auch auf TikTok erreichen. Wobei wir, wie gesagt, also im Moment noch, also ich glaube, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, wir sind immer noch etwas verwirrt ob dieses Mediums. Ja, ich bin ein bisschen überfordert noch, aber ich finde mich da schon noch ein. Wir kommen ja normalerweise an dieser Stelle immer zum Feedback der Show und da ist es im Moment einfach so, dass wir überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Die Kommentare explodieren in alle Richtungen. Ich habe gerade kurz unmittelbar vor dieser Sendung von einem Hörer noch eine Nachricht gekriegt, ob wir denn heute noch die Sendung veröffentlichen, diesen Podcast, also am Dienstag veröffentlichen. Und lieber Robin, ich habe es dir geschrieben, aber für alle nochmal, wir zeichnen immer am Tag nach der Show auf. Und eigentlich schauen wir auch, dass wir das immer noch schneiden am gleichen Tag und dann abends noch raushauen, aber es wird nicht immer klappen. Ich denke aber für diese Folge heute werden wir nochmal so gegen Mitternacht das dann veröffentlichen, nur damit ihr so wisst, wieso unsere Arbeitsabläufe da sind. Wir sind halt hier keine Redaktion. Wir machen das zum Spaß an der Freude, völlig unentgeltlich. Und nur, dass ihr eben auch da draußen immer guten Game of Thrones Content habt. Und der Arbeitsaufwand, wenn man so ein bisschen mal im Hintergrund recherchiert, der ist in der Tat so. Also letztendlich beschäftigen wir uns ja nicht nur mit dem Aufnehmen des Ganzen und der ganzen Recherche und dem Gucken vorher. Nee, ihr müsst drüber nachdenken. Am Ende, das Schneiden ist meist nochmal die ganze Arbeit, die so eine Episode in der Länge ist. Dann Artikel schreiben, dann das Ganze posten und so. Und wenn wir dafür bezahlt werden würden, dann könnten wir unsere normalen Jobs aufgeben. Da brauchen wir aber noch ein paar 10.000 Follower mehr, damit wir dann auch zum richtigen Influencer werden. Der Influencer-Podcast. Einfach nur, um Influencer zu sein. Was Influenzen? Gut, wir influenzen euch natürlich ein bisschen in euren Meinungen. Wir hoffen, wir geben euch Impulse zu neuen Ansichten, zu Serien. Ihr könnt natürlich euch auch an uns reiben. Bitte nicht im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Danke. Werden wir, und das habe ich mir überlegt, das greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, wahrscheinlich eine Kommentare-Kommentieren-Folge machen. Und unser Professor, der Jörg, hat auch schon reingeworfen, er will unbedingt noch was zu Game of Thrones sagen. Und eine andere Professorin, die Linda, hat auch schon gesagt, sie will was dazu sagen. Also ich glaube, wir machen auf jeden Fall nochmal eine große Game of Thrones Complete Edition-Folge, wie auch immer wir das nennen wollen. Dann tauchen wir mal ein in das letzte Recap für die achte Staffel von Game of Thrones, für die Folge 6, der Iron Throne oder der Eiserne Thron. Seit der letzten Folge sind nur wenige Augenblicke vergangen. Tyrion wankt durch eine Szenerie, die man mit Fug und Recht als das 9-11 von Westeros bezeichnen kann. Er macht sich auf die Suche nach Jaime und findet seinen toten Bruder zusammen mit Cersei im Keller von dem Red Keep. Arm in Arm im Todeverein. Tyrion ohnehin schon angeknackst, bricht hier vollkommen zusammen und bricht auch vollkommen mit Daenerys. Ihm wird außerdem klar, dass sein Leben verwirkt ist, sein Plan, King's Landing, Jaime und vielleicht sogar Cersei zu retten, ist gescheitert und Dany wird ihm diesen Verraten nicht mehr durchgehen lassen. Jon und Davos werden derweil Zeuge weiterer Gräueltaten, diesmal vergreifen sich die an Solid angefangenen Lannister-Soldaten. Art und Weise der Tötung und auch der filmischen Inszenierung lassen sehr unangenehme und unappetitliche Assoziationen zu gewissen Videos aufkommen, die wir in den letzten Jahren immer wieder sehen mussten. Jon jedenfalls hat auch genug davon gesehen und hat auch genug vermorden und macht sich auf, Daenerys zur Rede zu stellen. Diese ist derweil von ihrem Drachen gestiegen und hält eine ziemlich faschistoide Ansprache vor ihren Anhängern. Ihr graues Schulterpolster-Outfit, das Targaryen-Banner und die Aufgereiten an Solid rufen auch hier Erinnerungen irgendwo zwischen Triumph des Willens und General Hux hervor. Einzig, die auf wundersame Weise vermehrten Klingonen passen irgendwie nicht so recht ins Bild. In dieser Rede kündigt Dany ja auch an, weitere Städte zu zerstören, solange bis alle Tyrannen der Welt besiegt sind. Tyrion nutzt die Gelegenheit für ein letztes großes Fuck-You in Richtung Daenerys, statt sich zum Beispiel Richtung Pentos aufzumachen und das weiter zu suchen, tritt er mutig nach vorne und kündigt effektvoll den Job als Hand. Wohlwissend, dass damit sein Jigsaw besiegelt ist, folgt der Grey Worm in den Kerker. Dort erhält er unerwartet Besuch von Jon, dieser ist innerlich zerrissen zwischen Ehre und Anstand und der Liebe zu Daenerys und Tyrion hat auf einmal seinen Wortwitz und seine Überredungskunst wiederentdeckt und trägt allerdings da nicht gerade zur Beruhigung von Jon bei. Ganz im Gegenteil, er impft ihm eigentlich ein, dass es vielleicht gar keine so gute Wahl ist, Daenerys auf den Eisernen Thron zu heben und er solle sich doch einmal überlegen, was seine Schwester dazu sagen wird, wenn sie den Norden nicht bekommt. Außerdem erinnert er ihn an seinen Schwur der Nachtwache, wo er geschworen hat, auch gegen Eis und Feuer zu kämpfen. Die Wahrheit tut weh, aber Jon fängt an zu denken, besser spät als nie. Derweil spielt Daenerys ihre Version aus der zweiten Staffel nach. Dieses Mal berührt sie allerdings den Thron. Und dann folgt ein Shakespeare vom Feinsten. Denn Jon tötet Liebe und Pflicht gleich in einem Atemzug bzw. mit einem Stich. Denn in einer letzten Umarmung und einem innigen Kuss tötet er Daenerys. Was jetzt folgt, ist die erste Überraschung dieser Folge, denn der trauernde Drogon nimmt keine Rache an Jon, sondern richtet seine Wut gegen das Objekt, das der Grund für all die Toten ist, den Eisernen Thron. In Drachenflammen schmilzt die fatale Sitzgelegenheit und der letzte Drache macht sich mit Dannys Leiche auf, aus dieser Welt zu verschwinden. Der Zeitsprung dieser Folge ist meines Wissens das einzige Mal in der ganzen Show, der zumindest halbwegs erwähnt wird. Denn wir bekommen gesagt, dass einige Wochen vergangen sind. Und die Fürsten der großen Häuser sitzen in der Dragonpit zusammen. Die Unsolid und Dothraki halten zwar King's Landing besetzt, müssen aber auch einsehen, dass ohne einen Drachen als Luftwaffe ihre Chancen es mit ganz Westeros aufzunehmen doch eher begrenzt sind. Also will man über Tyrion und den ebenfalls eingekerkerten Jon richten und regeln, wer denn nun Kalif an Stelle des Kalifen werden sollte. Wir sehen die Starks, Edmure Tully, Robin Arryn, John Royce, Gendry, Yara, ein namenloser Prinz aus Dorne und noch zwei, drei andere. Sams Vorschlag, man könne das Volk doch über den neuen Herrscher entscheiden lassen, wird mit Befremden aufgenommen und als Scherz weggelacht. Stattdessen schlägt Tyrion Bran als König vor und der Rat nimmt diesen Rat auch an. Ja, richtig, Bran, den hatte wohl kaum einer auf dem Zettel. Das wäre dann die zweite Überraschung der Folge. Hey, Bran the Broken. Als Gedächtnis von Westeros ist er ja irgendwie auch ein Mann des ganzen Volkes. Tyrion, der inzwischen immer mehr wie Mark Hamill aus Episode 8 aussieht, wird zur Strafe verurteilt, wieder Hand des Königs zu werden und Jon wird mal wieder zur Nachtwache verbannt. Sansa darf Königin im Norden werden, die Ansonnet-Regeln nach Naht, Melisandres Heimat, wo auch immer das liegt und Edmure Tully bleibt die Wurst, die er vorher schon war. Immerhin, die Erbmonarchie wird abgeschafft, allerdings ob sich damit was ändert, eigentlich nicht, denn die Nachfolgekriege sind damit sozusagen ins System eingebaut. Nachdem sich alle beruhigt haben, ist es Zeit für Abschiede und das Knüpfen loser Enden. Drogon ist verschwunden, die An-Solid-Segeln davon, die Dothraki sind halt einfach sofort. Arya macht einen auf Thomas Cook und Sansa wird Queen of the North und Podrick der königliche Rollstuhlschieber. Wir sehen den neuen kleinen Rat mit Tyrion als Chef, Sam als Grand Maester, Brienne als Lord Commander, Davros als Marineminister und, wenn man den Bock zum Gärtner macht, Bronn als Finanzminister. Um ehrlich zu sein, darüber würde ich echt gern mal das Sitcom sehen. Zum Schluss sehen wir Jon, der in Castle Black auf Ghost trifft und diesmal hat das Geld für eine Umarmung gereicht und gemeinsam zieht man jenseits der Mauer. Die Kamera zoomt zurück. Wir sind fast wieder auf der ersten Einstellung der allerersten Folge und es wird dunkel. Die End. Aber nicht für alle, denn ich sag mal, dieser Cast wird echt schwierig. Wir werden 49% vielleicht vergraulen und 51% werden uns bejubeln, denn das ist das Ergebnis der Umfrage, die wir gemacht haben. Uns haben fast 200 Leute schon teilgenommen, plus die anderen Umfragen. Es ist 50-50 zwischen yeah und nay. Ich glaube, es hat sich aber seit der letzten Folge, also Folge 5, hat sich da bestimmt nicht viel getan in den Meinungen und ich glaube, dass man mit der allerletzten Folge jetzt auch die Zweifler nicht überzeugen konnte. Das definitiv nicht. Ich habe drei Meinungen mal rausgesucht, die wir uns vielleicht ganz kurz noch anhören und dann steigen wir auch in die Diskussion ein. Dobri schreibt, zum letzten Mal das Lied mitgesummt, vielleicht hat das der ein oder andere von euch auch schon gemacht. Es ist schon sehr traurig, wer sehr die letzte Staffel der ganzen Serie zusetzt. Ich kann nicht wie den vorigen Kommentaren nur beipflichten. Man dachte, sie lernen aus den Fehlern. Ich sag nur zweimal Wasserflasche. Ehrlich, Leute? Das spiegelt die Lieblosigkeit doch eigentlich wieder. Wir haben zwei Jahre gewartet und dann das. Das bricht einem richtigen Fan das Herz. Ein enttäuschtes Mädchen sagt Gute Nacht und lebt wohl, GOT. Der Abschied wurde uns leicht gemacht. Der Niklas schreibt, kürze ich ein bisschen ab, dass er sehr zwiegespalten ist. Zwar hat das Niveau der Serie seit Staffel 6 deutlich abgenommen, jedoch findet er das Resultat immer noch gut. Unzufrieden ist er allerdings mit der Geschwindigkeit der achten Staffel. Aber im Schatten der Momente war Game of Thrones immer noch die beste Serie am Markt. Und der Kai, der schreibt, alles in allem bin ich sehr zufrieden, auch gerade weil ich mich am Ende immer wieder geärgert habe. Das muss erstmal eine Serie schaffen, dass sie dich emotional genügend mitnimmt, dass du dich über falsche Entscheidungen erregen kannst, statt einfach aufzuhören. Zum Glück hat Game of Thrones über all die Jahre sich so entwickelt. Wie gesagt, manches gefällt besser, manches weniger. Und doch haben sie mir bis zum Ende wunderbare Serienmomente in mir erzeugt. Gerade der Schlussmoment mit Dany, John Egon und Drachen, Ende des Throns, allein das hat mich vieles verzeihen lassen. Ja, drei Meinungen exemplarisch. Eine schlechte, da waren natürlich auch ein bisschen mehr Verrisse dabei. Eine neutrale, hin und her gerissen und eine, ja, die ist verdammt. Fangen wir mal mit dem Forever Nerd Girl an. Meinung zur Folge. Ich schließe mich da, glaube ich, der letzten Meinung an, die du vorgelesen hast, also die so mehr ins Positive ging. Es gibt natürlich so ein paar Punkte an der Folge, wo ich sage, ja gut, hätte man anders machen können oder okay, finde ich jetzt komisch, was da passiert ist. Aber im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden, wie die Serie jetzt ausgegangen ist. Es gab für mich keinen Moment, wo ich gesagt hätte, äh, jetzt ernsthaft. Nee, also ich bin eigentlich zufrieden. Ich kann gut damit abschließen, dass jetzt diese Leere in mir drin ist. Was mache ich jetzt ohne Game of Thrones? Tja, Michael, was sagst du denn? Leere ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich habe mir die Folge jetzt zweimal angesehen. Beim zweiten Mal fand ich sie durchaus besser. Aber irgendwie, also ich glaube, als Recap muss ich sagen, ich bin doch etwas enttäuscht. Und zwar, weil mich das Ganze nicht so emotional mitgenommen hat. Und bei einer Reise, die jetzt ja mindestens, also seit 2011 sind wir unterwegs, acht Jahre. Ich glaube, ich habe sogar 2011 in der ersten Staffel auch schon angefangen und auch die Bücher gelesen. Habe ich für mich erwartet, dass mich das emotionaler mitnimmt. Da waren die Folgen davor noch krasser, aber wegen den Entscheidungen einfach. Letztendlich haben wir uns mal vergleicht mit sowas wie Herr der Ringe oder anderen großen Sagas, die zu Ende gehen. Selbst sowas wie Star Wars oder so. Da ist man am Ende und bei Serien ist man am Ende emotional dabei. Man findet es schade, dass es aufgehört hat. Man findet es schade, dass der und der Charakter jetzt in die ewigen Jagdgründe eingeht. Oder der jetzt auf immer alleine im Wald lebt oder so weiter und so fort. Und das Gefühl hatte ich zumalweise jetzt leider in der letzten Folge nicht. Die Folge, die Sachen, die da drin vorkommen, sind richtig aus meiner Sicht und auch die korrekte Schlussfolgerung. Aber wie bei allem vorher in der Staffel und der davor, dadurch, dass es so gehetzt war und dass wir keine Nuancen da drin hatten und dass wir einfach nicht diese Zwischenschritte gesehen haben, ist so diese emotionale Bindung verloren gegangen. So ein bisschen, auch wenn ich die Serie weiter toll finde und toll finden will, bin ich nicht emotional mitgenommen und das ist für mich eigentlich so ein Zeichen dafür, dass ich enttäuscht sein muss. Ich war in Endgame drin, Avengers Endgame und bin da völlig begeistert rausgegangen, auch wenn der andere Probleme hatte und so. Und das waren dann auch nur, keine Ahnung, 22 Filme. Wahrscheinlich ähnliche Laufzeit insgesamt wie Game of Thrones, keine Ahnung. Aber das hat mich emotional mitgenommen. Ich war begeistert in irgendeiner Art und Weise rausgegangen. Das war jetzt bei dieser Folge nicht und wir gehen jetzt sicherlich nochmal darauf ein, warum das so war. Ja, aber ich würde das vielleicht nochmal gerade kurz sagen, dass du hast recht mit dieser Emotionalität, die man so aufbaut oder die so aufgebaut wird, gerade zum Ende hin. Bei mir war es aber so, ich war mir bewusst, okay, es ist die letzte Folge, danach kommt nichts mehr. Und damit habe ich schon irgendwie so ein bisschen vorher abgeschlossen und gesagt, okay, egal was jetzt passiert, die Serie ist vorbei, nimm es einfach so hin. Ich verstehe, was du meinst, aber dieses reine Nostalgiegefühl, das kommt in einem ja auf und das bringt so ein bisschen ein paar Emotionen und zwar ein paar Gefühle hervor. Ja, ganz stumpf saß ich da auch nicht. Beim ersten Mal gucken hatte ich es gesagt, ja toll, beim zweiten Mal hat sich so ein bisschen was in mir geregt, aber auch nur, oh mein Gott, jetzt ist es zu Ende. Wir haben das Ende bekommen, was sich auch George R. R. Martin wahrscheinlich vorgestellt hat, jedenfalls so in der Art. Aber trotzdem, es hat einen nicht mitgezogen und dieses Mitziehen, dieses toll, begeistert oder wenigstens aufgeregt sein, das hätte ich mir gewünscht. Gefühle waren da, so. Direkt am Anfang. Direkt am Anfang, ja, mehr oder weniger, aber die ganze Folge eher weniger. Ja, die Folgen davor haben einen mitgenommen, aber das Finale nicht und das Finale sollte einen mitnehmen, das Finale sollte einen zu Tränen rühren und man, auch wenn es dann viel zu lange dauert, dass es aufhört wie bei den Herr-der-Ringe-Filmen, heult man dann trotzdem Rotz und Wasser oder wenigstens ein Mini-Tränchen kommt darunter und das war jetzt bei, zumindest bei diesem sehr langen Epilog jetzt nicht. Also emotional hat es mich auch mitgenommen, leider hauptsächlich wegen dem verkackten Skyscreen, der mal wieder völlig zum Kotzen war. Es ist wirklich die Kriegens einfach nicht gebacken, es ist unglaublich. Unglaublich. Aber davon mal abgesehen, also ich war so semi-emotional dabei, also weiß Gott, wir haben letztens nochmal die Extended Versions vom Herr der Ringe geguckt und nach dem Gucken, so die letzte halbe Stunde ist schon schee. Ja, ja. Ja, die ist schon schee. Aber du musst schon sagen, wir waren schon emotional. Es ging jetzt nicht darum, dass wir am Heulen waren oder so, ja, aber wir waren emotional dabei und wir haben mitgefiebert und ich finde, das ist auch was wert. Genau und das muss man ganz ehrlich sagen, ist wirklich was wert. Ja, da waren, sind eine Menge lose Enden, da müssen wir auch natürlich teilweise noch wirklich drüber sprechen, weil es manchmal echt ein bisschen arg war. Ja, aber es gibt halt für mich ehrlich gesagt nur ein gutes, zwei gute Serienenden. Das eine ist das von Mesh und das andere ist das von Battlestar Galactica und alles andere ist so, hm, und auch das Ende von… Battlestar Galactica 2003. Ja, natürlich, ja. Und auch das Ende meiner heiß geliebten Deep Space Nine Serie ist, wenn man ehrlich ist, auch eher so, hm, ja. Ich meine, wir können nochmal eine ganze Serie über perfekte Enden bringen. Breaking Bad war für mich perfekt. Six Feet Under war perfekt. Genau, die Idee hatte ich auch mal. Das wird natürlich eine mega Spoiler-Show, aber wir können ja wirklich mal drüber reden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand's okay. Es hat mir definitiv nicht acht Jahre Game of Thrones verleidet. Beim zweiten Mal, ich hab's noch nicht zweimal gesehen, aber beim zweiten, dritten Mal drüber nachdenken und auch so beim Recap schreiben und mir ein paar Fragen aufschreiben. Hm, ja. Es gibt ein paar Dinge, die mich dann doch leider stören. Also, ich frage mich wirklich, vielleicht fangen wir mal mit so diesen kleinen, kurzen Fragen an. Hast du, Michael oder Anja, habt ihr eine Idee, warum die das mit den Armeegrößen einfach nicht hinkriegen? Und, die zweite Frage, ist euch eigentlich aufgefallen, dass King's Landing komplett anders aussah als in Staffel 1? Also, jetzt sieht das ja fast aus wie irgendwo in Essos so Wüste davor und eigentlich, wenn man sich die Bilder von King's Landing aus der ersten Staffel anguckt, so die Totale, dann ist das so fast mehr oder weniger komplett in der Bucht und viel Wald drumrum und so weiter. Und plötzlich ist die Stadt irgendwie so in der Wüste, fast wie in Dorne. Das war ein bisschen komisch. Aber bleiben wir bei den Armeegrößen. Warum, glaubt ihr, kriegen die das nicht gerafft oder nicht gebacken, mal irgendwie Konsistenz in dieser Größe zu sein? Ist das denn so schwierig? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, wahrscheinlich das Budget des Ganzen, weil so eine Armee einfach zu zeigen, ist nicht ganz billig. Dann diese Totalen, vor allem diese Totalen zu zeigen, glaube ich, das haut ganz schön ins Budget mit rein. Ja, das hat mich auch so ein bisschen gestört in der gesamten Staffel. Erst dachten wir, die Dosraki wären drauf, dann kommen sie doch nochmal wieder und am Ende war es ja trotzdem nochmal wieder eine halbe Nation gewesen, als ob die sich mal eben wie die Hasen vermehrt hätten. Aber wenn man auf die blanken Zahlen schaut, mit denen, die darüber gekommen sind, keine Ahnung, das waren ja sicherlich 20.000 Dosraki und 20.000 Unsallit mindestens. Davon ist aus der Erzählung her die Hälfte mindestens in der Schlacht um Winterfell draufgegangen. Also es passt schon mit den Zahlen, die wir gesehen haben. Es passt aber nicht mit den Zahlen, die wir vorher vermittelt bekommen haben, rein visuell. Weil da hätten die Armeen durchaus größer wirken müssen. Am Ende passt es aber mit den Zahlen, was noch über ist. Also wenn man es rein von den Werten aus ausgeht. Aber es passt dann irgendwie nicht mit dem Plan, mit diesem, wie auch immer, großen Armee jetzt noch loszuziehen, den Rest von Westeros zu erobern. Also ein Drache schön und gut, aber ich sag mal, sie hat jetzt innerhalb von ein paar Wochen drei verloren oder Monaten oder wie lange das auch immer, zwei verloren. Also unverwundbar sind die halt jetzt auch nicht. Also das macht für mich ein bisschen... Ja, okay, sie hat jetzt halt ein bisschen gelernt. Also das war halt was, was mich immer wieder rausgeholt hat, weil das einfach sich durch die ganze Staffel durchgezogen ist. Und wie du gerade eben gesagt hast, in der letzten Folge sind auf einmal Dosraki wieder in rauen Mengen da. Ja, dann wird damit gedroht, man übernimmt jetzt Westeros ein. Ich denke mir so, du und welche Armee? Ach so, du hast jetzt doch wieder eine? Hm, also es war komisch irgendwie. Das stand halt, dann stand halt im Nachhinein nichts auf dem Spiel. Weißt du? Der Verlust der Armee hat jetzt keinen Wert mehr gehabt oder so. Wie viele waren es in der Goldenen Armee? Die Golden Company waren knapp 25.000. Ja, und da sagte Cersei noch, was nur 20.000? Ja, nur 20.000. Und wie wir in der Folge The Last of the Starks gehört haben, waren die, war das Feld ja ungefähr ausgeglichen, was das angeht, wie viele Leute auf beiden Seiten waren. Also letztendlich, gut, die haben einen kurzen Prozess gemacht und das würden die auch sicherlich mit den anderen Armeen machen. Letztendlich ist schon einiges da, um noch so ein bisschen eine Invasionsmacht zu machen. Man muss drüber nachdenken aus der Geschichte von Westeros heraus. Also Aegon, der Eroberer, hat ja, wenn man sich die Geschichte durchliest, auch mit einer relativ kleinen Armee das Ganze eingenommen. Die hatten auch nur drei Drachen, von denen ein Drache auch relativ am Anfang dabei draufgegangen ist. Und der hat dann nach und nach seine Armeen aufgebaut, dadurch, dass er die anderen Armeen übernommen hat und für sich eingeschworen hat. Und aus Angst vor Daenerys würde sicherlich Ähnliches passieren. Vor allen Dingen, weil ganz Westeros ja in ihren eigenen Streitmächten wahnsinnig dezimiert worden sind in den letzten Jahren. Hieße, da ist eh nicht mehr so viel von über. Bleiben wir mal bei Dani, zumindest mal bei ihrer Ansprache, wo sie dann so, ja, ich habe es geschrieben, so ein bisschen Reichsparteitag und General Hux macht. Also ich glaube, ich kann jetzt so langsam ein bisschen verstehen, warum das Internet sich darüber so aufregt, über diese Wandlung. Komischerweise habe ich das, was mir aufgefallen ist, nirgendwo gelesen. Also bei allen, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, haben gesagt, so mad ist die gar nicht. Dann haben wir festgestellt, okay, mad müsste man vielleicht auch ein bisschen anders übersetzen als irre oder verrückt. Und dann ist wieder die Frage, was ist verrückt? Wie definiert man irre und so weiter und so weiter. Aber eine Sache, die ich irgendwie in keinen Beschwerden gelesen habe, war, und das ist das, wo es für mich dann so ein bisschen, ich sagte, beim zweiten Nachdenken so kippt, ist nämlich die Tatsache, erst war es so unglaublich wichtig, Winterfell und damit Westeros und die Menschen gegen den Night King zu verteidigen. Und dann will sie losziehen und alle umbringen. Das macht für mich dann doch irgendwie so keinen Sinn. Dann hätte sie auch sagen können, ja cool, lass den Night King doch mal alle platt machen, ich kümmere mich dann später selber um den, ich habe ja drei Drachen oder zwei Drachen. Also, nee, 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 so hätte es ja nicht funktioniert. Also, ihre Argumentation ist ja durchaus so gewesen, sie hätte sich ja darauf eingelassen, mit allen anderen, keine Ahnung, als Königin dazustehen und quasi den Rest auch zu überzeugen. Aber sie hat ja gelernt, dass niemand sie in Westeros wirklich haben will und haben wollte. Also, muss sie kurz einen Prozess mit allen machen und wie sie ja dann vor John schon sagt, man muss das Alte erst kommen, also in bester Kylo Ren-Manier, man muss das Alte töten, um das Neue zu erbauen, so ungefähr. Und das war dann ihre Lehre aus ihren ganzen Fails, wie sie nach Westeros generell gekommen ist und so interpretiere ich das. Ja, also, ich habe eigentlich in der Saturn-Saal-Szene nur auf den Satz gewartet, together we can rule the galaxy. Er ist Father and Son, also es war schon so ein bisschen, so eine Nummer. Also, das ist nicht dein Knackpunkt. Okay, gut. Nö. Achso, du hast übrigens noch eben, du hast ja gefragt, King's Landing, warum es denn jetzt so wie so eine Wüstenlandschaft aussieht. Also, das ist ja auch aus den letzten acht Jahren zu verstehen. Ich meine, die haben eine Belagerung überstanden, dann hat die Hälfte der Bevölkerung gehungert. Wahrscheinlich haben die auch die ganze Lande drumherum komplett ausgebeutet. Dann habt wahrscheinlich die Invasionsmacht von Daenerys auch schon wieder einiges niedergetrampelt. Und dann die Drachen, die viel niedergebrannt haben. Und die mussten ja auch irgendwie diese ganzen Schiffe bauen, die plötzlich Euron Greyjoy da hatte. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass allein aus dem Grund alles um King's Landing herum ziemlich trostlos sein muss mittlerweile. Kann das vielleicht ein Problem? So ein bisschen Isengard. Ja, stimmt, wie Isengard. Kann das vielleicht ein bisschen das Problem der Serie sein? Es lief einfach zu lang. Das heißt, wenn sie bingen würde, würden wir über viele Dinge gar nicht sprechen, weil es in sich geschlossener wäre. Man vergisst einfach so viel über die acht Jahre. Oder hätte man sich jede Staffel nochmal komplett reinziehen müssen? Oder vom Ende haben wir einfach nur viel zu viel vergessen und hauen deswegen so drauf. Wobei, wir sind ja recht gnädig mit der Serie allgemein. Aber meinst du, viele Leute haben einfach viel vergessen und hauen deswegen drauf? Nee, also nicht deswegen. Also, wie es auch im Internet immer wieder geschrieben wurde, auch meine Meinung nach, ist, wir hatten eigentlich zu wenig Zeit. Und einen interessanten Artikel, den ich gestern Abend noch gelesen habe, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat. Wieso ist Game of Thrones denn, wieso hat die Qualität eigentlich so gelitten in den letzten Jahren? Wieso ist plötzlich das und das passiert, was vorher der Serie, also was die Serie vorher nie gemacht hat? Natürlich ein Punkt dahinter, dass die einfach nicht das Material mehr von George R. R. Martin hatten und quasi nur noch die Checkliste, was der machen wollte. Aber so der Fazit des Artikels war, vorher, so bis Staffel 3, 4, haben sie sich quasi mit der ganzen Welt beschäftigt und wie die Welt die Charaktere prägt. Also durch die Umstände der Welt, die soziologischen, die politischen, alle welche Umstände, wie die die Menschen in dieser Welt prägen und einfach wie die Entscheidungen danach fällen müssen und keine andere Wahl haben. Dann aber, in dem Moment, wo so ein bisschen das Material ausging und die sich auf was anderes konzentriert haben, haben die sich eher mit den einzelnen Schicksalen beschäftigt. Heißt, die sind mehr auf die einzelnen Charaktere reingegangen und die Geschichten und die Probleme von den Charakteren, ohne jetzt in dieser großen Draufsicht zu bleiben, hieße, wir mussten uns mehr mit den Charakteren beschäftigen, die mussten die zeigen, wie das Innenleben von denen ist und das haben die so in der Sicht, ist es noch mehr zu einer Soap geworden, als wirklich zu einem Mittelalter-Drama, was dann in den Staffeln danach verloren gegangen ist. Und das war so ein bisschen die Erklärung dafür, die ich auch nachvollziehen kann, weil wir haben bei vielen Charakteren jetzt so diese klassischen Heldenreisen mehr oder weniger hinter uns gehabt, was man vorher aus der Welt gar nicht kannte, weil die Welt das einfach gar nicht zugelassen hat. Dann kommen wir doch mal zum ersten großen Plottpunkt in dieser Folge. Jon bringt Daenerys um. Meinungen bitte. Gut, schlecht, gerechtfertigt, überraschend, nicht überraschend, zu schnell. Also im ersten Moment wusste man ja noch gar nicht genau, wer wurde jetzt abgestochen. Man hat ja das Geräusch gehört von diesem Dolch und wir waren uns ja auch erstmal unsicher, wer hat die Zwingen getötet? Sie, ihn? Er, sie? Und dann wurde es ja klar, okay, Danny ist tot. War für mich jetzt nicht besonders überraschend, das war einfach jetzt die logische Konsequenz. Ein bisschen traurig ist es einfach schon, weil, ja, es ist nun mal ein wichtiger Charakter und ich mochte den Charakter eigentlich so im Allgemeinen. Ähm, ja, aber das war dann auch irgendwie schnell abgehakt, oder? Ich fand die Szene sehr gut. Auch mein Problem war hier wieder, dass ich nur wenig Gefühle am Ende für Danny über hatte, weil uns einfach nicht so viel gezeigt wurde, weil wir nicht viel von ihrem Innenleben gesehen haben, was wir in den Staffeln davor mehr mitbekommen haben. Also wir konnten ihren Wandel nicht gut nachvollziehen und im Prinzip hat sie das mehr oder weniger verdient. Und das war, wie du gerade gesagt hast, die logische Schlussfolgerung daraus, dass John endlich was machen muss und das in bester Shakespeare-Manier auch macht. Deshalb war es für mich auch nicht unerwartet und aber auch dementsprechend nicht so sehr fesselnd, weil ich es erwartet hatte. Also allerdings, wenn man sich andere Zuschauer da anhört, wir haben mit Freunden gestern Abend noch gesprochen und die haben damit gar nicht gerechnet und bei denen war das wirklich eine komplette Überraschung. Aber letztlich, wenn man so ein bisschen filmisch unterwegs ist, dann kann man hinter so eine Szene schnell hinterher blicken. Ich fand es eine gute Szene und ich hätte mir nur, wie bei allem hier, mehr Aufbau gewünscht. Aber ist euch auch aufgefallen, ein bisschen vorher, bevor Danny ihre Ansprache gehalten hat, als John die Treppe raufgegangen ist? Ich finde, das ist richtig gut aufgebaut worden. Also jetzt vom Filmischen und von der Szenerie, finde ich, war das sehr gut gemacht. John geht die Treppe rauf und Danny kommt nach vorne und hinter ihr steht der Drache und breitet die Flügel aus. Und das war einfach ein super tolles Bild, wie Danny da stand im Hintergrund der Drache mit den Flügeln und sie sah so dämonisch aus, weil die Flügel einfach direkt hinter ihr waren. Und ich weiß nicht, aber es war einfach so ein schönes Symbolbild dafür, dass sie, ja, weiß ich nicht, sie ist irgendwie so ein Teil dieses Drachen. Und vielleicht war das dann auch irgendwie so der Grund, okay, der Drache nimmt sie dann am Ende mit, er verbrennt diesen ollen Stuhl. Und ich fand, das war irgendwie so eine runde Sache. Das hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Diese Episode wurde übrigens von Benioff und Wise, also den beiden Produzenten, die haben diesmal wieder die Regie übernommen. Und haben quasi den ganzen Abschluss gefunden. Also von der Cinematografie, vom Filmischen her, fand ich das Ding auch wieder einwandfrei. Ich meine, allein, wenn man sich am Anfang anschaut, die ersten zehn Minuten bis zu einer, keine Ahnung, bis zu der Szene nach Jon und Daenerys, haben wir auch keine Musik gehört. Es war ja wirklich Stille da. Es war nur die Atmosphäre, die wir gehört haben. Und allein wie Tyrion durch die Ruinen durchgeht, alles sucht, diese Verwüstung sieht. Und dann, wie wir die Dothraki und die Unsullied einfach nur jubeln hören und das Ganze wirklich dramatisch aufgebaut war. Wie Dany da auftaucht, wie du gerade gesagt hast, mit diesen Drachenflügeln hinter sich. Sie hat quasi das gemacht, was ihr Bruder erst angekündigt hat in der ersten Staffel. I am the Dragon. Ich bin der Drache. Und sie ist jetzt wortwörtlich der Drache geworden. Und visuell war das alles schon sehr beeindruckend aufgebaut. Ja, und vor allem, mir gefiel auch diese Szene, wo sie dann in den Thronensaal reingegangen ist. Das war auch einfach sehr schön umgesetzt. Was es mir ein bisschen versaut hat, war halt der Scheiß-Sky-Stream. Weil er genau an diesen Stellen die ganze Zeit gehakt hat. Das hat mich wirklich sehr geärgert. Aber an sich, die Szene war einfach sehr schön gemacht. Und dieses Ruhige vor allen Dingen. Und das war ja auch eine 1 zu 1, fast eine 1 zu 1 Kopie der Vision aus Staffel 2. Wie Chris es auch schon im Recap gesagt hat. Also bis auf den Punkt, wo sie dann wirklich den Thron anfassen konnte. Ja, und selbst das war wieder gespiegelt. Denn in der Vision wird sie von den Drachenschreien unterbrochen. Und hier wird sie praktisch auch vom, ich sag jetzt mal, Metadrachen Jon, der ja ein Targaryen und damit ja auch ein Drachen ist, in Anführungszeichen, ja auch wieder unterbrochen, obwohl sie sich, kann sich einfach nicht auf den Stuhl setzen. Ich bin jetzt mal so ein bisschen, ja, der Advocatus Diaboli der 49 Prozent, die das jetzt nicht so gut fanden. Und sag jetzt einfach mal, ja, filmisch war das nett, aber subtil ist jetzt halt anders. Ja, es war halt schon, also es war halt schon sehr viel Hau drauf. Und wenig innovativ. Also ich sag mal, den Reichsparteitag nachzustellen, ist jetzt nicht sonderlich, ja, subtil. Und ist schon eher Hau drauf. Dann die erste Szene mit Tyrion war halt, naja, ich gucke mir halt ein bisschen 9-11-Bilder an. Dann habe ich diesen Look halt auch. Schön fand ich, wenn natürlich auch fast schon in einer, ja, romantischen Art. Schön, so Zeit des Leiden des jungen Wärters und der Aufklärung, da hat man schöne Tode gehabt. War natürlich Jaime und Cersei, die kommen ja fast wie aus dem Ei gepellt unter den Trümmern hervor. Also das war natürlich sehr inszeniert, schön tot. Okay, da man ja am Ende, in der vorletzten Folge Cersei ja fast schon bewitterhaltenswert aufgebaut hat, war das natürlich dann wieder so ganz okay. Hey, ja, also für mich war es Hetzen und auch die Enden dann waren ja dann teilweise sehr Herr der Ringe mäßig. Du siehst dann die drei Stark-Kinder, wie das Schiff dann da wegfährt. Das war ja eins zu eins Frodo und Bilbo da, die dann verlassen. Aber ich meine, George R. R. Martin hat immer und immer wieder gekonnt, dass für ein großer Fan er von diesem Ende ist. Aber George R. R. Martin hat nicht Regie geführt bei dem Ding, ja. Also ich sage ja nicht, dass es schlecht war, ich sage nur, es war jetzt keine sonderlich großartige kreative Schöpfungsleistung, die die zwei da gebracht haben. So ehrlich muss man da an der Stelle schon sein und auch die Szene mit dem Kuss und dann mit dem Stechen ist klassisches Inszenieren eines Abstechens. Deshalb habe ich ja gesagt, mir haben so das Quäntchen Emotionen, dieses Mitfühlen, das hat mir da gefehlt. Es war zu clean. Es war einfach total clean, was gezeigt wurde und das war das Problem. Es war nicht unlarbar. Ein schöner Laich, sagt man in Wien. Es war alles ein schöner Laich. Es wäre vielleicht ein bisschen sensationeller gewesen, wenn, naja, Danny und John hätten sich geküsst, Danny dreht sich um, will zum Thron gehen und John sticht ihr von hinten in den Rücken. Das wäre doch mal was gewesen, oder? Ja, zum Beispiel, man hätte es durchaus so inszenieren können. Nochmal ganz kurz auf die Musik. Das ist mir auch aufgefallen, dass es am Anfang keine Musik gab. Die erste Musik, die einsetzt, war, auch das finde ich nicht subtil, aber an der Stelle passend, als Tyrion dann Jaime und Cersei findet, kamen wieder mal Reigns of Castamere. Diesmal in einer Balladenversion. Gut, es ist ja von Haus aus eigentlich eine Ballade, aber diesmal in einer getragenen Version. Das war dann auch, also mein erster Überraschung. Also wenn wir jetzt übrigens hier Nitpicking machen, dann habe ich mich tierisch bei, ja, da habe ich mich bei dieser Szene ja schon gefragt, also als wir die am Ende der letzten Folge gesehen haben. Ist ja alles hinter denen eingekracht. Wieso, wieso kann Tyrion da überhaupt noch hergehen und wieso ist das noch ein großes Gewölbe? Also theoretisch hätte da doch nichts mehr an Durchgang sein dürfen. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil ich dachte auch erst, okay, das ganze Ding ist eigentlich eingestürzt. Wieso ist da überhaupt noch was von übrig? Weil die ganzen tragenden Wände. Und das habe ich mich auch gefragt und deswegen hatte ich kurzzeitig echt die Sorge, dass einer von beiden jetzt hustet. Ich habe echt die Sorge gehabt, so genau, weil das, ja, aber die lagen jetzt ja nicht unter Metern von Trümmern und die waren halt auch jetzt nicht so, so wie Qyburn richtig zerschmettert, sondern die lagen da halt schön aufgebahrt. Ja, und da habe ich echt gedacht, so boah, wenn jetzt einer von beiden hustet und noch lebt, ja, dann hätte ich auch ein Problem mit dieser Folge gehabt. Ja, also letztendlich, ich habe ja vieles akzeptiert schon in der Serie und wo wir rübergesprungen sind und das habe ich jetzt einfach genommen. Wie gesagt, das war eine nette Inszenierung, aber ihr habt da vollkommen recht, allein in der Inszenierung hat bei mir schon das Emotionale gefehlt. Wir waren nicht wirklich nah an den Charakteren dran und haben nicht das Gefühl, was sie gefühlt haben, außer vielleicht so ein bisschen bei Tyrion, als der dann seinen Handanstecker abgegeben hat. Aber ich meine auch, John, also komm, wie viele Nüsse vor dem Kopf braucht man, um jetzt zu dieser Entscheidung zu kommen? Ehrgefühl in allen Ehren, haha, aber es geht auch auf keine Kuhhaut mehr, wie der Charakter einfach einen Dickkopf hat, was seine dummen Ehrvorstellungen angeht. Ja, der ist einfach unglaublich feige und unglaublich naiv und ich weiß auch nicht, also das hat ja wirklich Ewigkeiten gedauert, bis er jetzt mal kapiert hat, dass, ja. Ja, ich meine, er ist halt einfach dafür, dass er ja eigentlich gar nicht Netzsohn ist, ja, verhält er sich aber exakt wie sein Ziehvater sozusagen. Der hat ja damals in der ersten Staffel auch vor Cersei ausplaudern müssen, dass er weiß, dass die Kinder von Jaime und ihr sind, also dass es Incest-Kinder sind. Hätte er das nicht gesagt, hätte er seinen Kopf nicht verloren, ja. Also hätte er hier jetzt nicht ausgeplaudert, dass er, übrigens eine Tatsache, die dann überhaupt keine Rolle mehr spielte, dass er jetzt ein Targaryen ist, das hat mir dann, können wir später gleich noch, wenn wir auf die Ratszene kommen, noch ein bisschen drauf eingehen. Eine Sache, dann können wir, glaube ich, diesen ersten Teil abschließen, ist dann auch, das war für mich der erste so, what, Moment, war, dass ich wirklich kurz gedacht habe, so, ah, was macht der Drache jetzt? Und dass der Drache dann so viel Verstand hat, dass er den eisernen Drohnen schmilzt, ich meine, der wurde ja der Legende nach auch im Drachenfeuer geschmiedet, jetzt wird er mit Drachenfeuer geschmolzen, aha. Ja. Kann man Drachen so viel Intelligenz zutrauen, dass der Drache erkennt, das ist die Wurzel allen Übels und die mache ich jetzt platt? Ja, ja, weil laut bestehenden Kanon soll so ein Drache ungefähr die Intelligenz von einem Menschen haben. Das wird jetzt nicht an vielen Stellen erwähnt, aber das ist scheinbar schon im Kanon drin, dass die Drachen sehr, sehr intelligent sind und natürlich haben die irgendeine mystische Verbindung zu allen Targaryens, sonst hätten die keine Macht über die und könnten mit denen quasi gemeinsam so viel auf die Höheren, solche Riesendrachen, so ein Airbus, den kann man nicht einfach so kontrollieren, indem man den erzieht, so ungefähr. Aber die Intelligenz dahinter soll schon die Intelligenz eines Menschen sein. Und da erkläre ich mir das. Und rein theoretisch, wenn wir jetzt auch mal nach den etablierten Regeln gehen, hätte er Jon auch gar nicht verbrennen können. Wir erinnern uns an Daenerys, wie oft sie im Feuer stand und nichts abbekommen hat, außer vielleicht mal ein paar versenkte Haare. Und Jon ist auch ein vollwertiger Targaryen und dementsprechend hätte dem das gar nichts anhaben dürfen. Tja, also auf die Feuerprobe welchem wahrsten Sinne des Wortes mal gespannt. Ja, aber gut. Ist das eine etablierte Regel, dass kein Targaryen durch Drachenfeuer sterben kann, also bloß Kopf abbeißen oder was? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe, müsste ich wirklich nochmal nachschlagen, aber ich meine, es ist auf jeden Fall so, dass dem normales, zumindest normales Feuer nichts anhaben kann. Drachenfeuer könnte natürlich noch wieder was anderes sein. Aber Dany ist ja aus zwei Scheiterhaufen quasi rausgetreten. Hm. Zwei Stück? Zwei Stück? Zwei Stück? Einer? Weiß ich zwei. Einmal das brennende Haus und einmal den... Ach ja, das brennende Haus. Stimmt. Und dann hat sie den Trick ja nochmal angewandt, um die ganzen Kals zu töten. Ja, stimmt. Genau. Und ja, gut. Drogon hat ja übrigens auch visuell ziemlich krasse Szene, als Jon da vorbeigeht und sich plötzlich dieser Schneeberg bewegt und da Drogon drunter ist. Sehr, sehr gut. Also visuell, wie gesagt, top. Wenn es auch nicht emotional war, waren die Bilder schon ziemlich krass und auch die Qualität der Effekte, die war der Hammer. Also an manchen Stellen in den letzten Folgen hat man ja gedacht, hm, die Drachen sehen ja jetzt nicht mehr so toll aus, wie sie mal aussahen. Aber dass die Inszenierung davon, wie realistisch Drogon aussah, und das muss es ja immer wiederholen, in einer TV-Serie. Das ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht reden wir trotzdem nochmal über den Thron. Okay. Das war doch auch ein nettes Bild, wie der Thron am Ende geschmolzen ist und letztendlich auch das Symbol für alle diese Kriege und damit auch das Symbol der Targaryens, weil die Targaryens sind, als Aegon ist als Eroberer dahin gekommen, hat aus den besiegten, den Waffen der besiegten Völker den Thron geschmiedelt und dann haben die Targaryens über 300 Jahre lang geherrscht. Und Dany hat es versucht wieder aufzubauen, aber jetzt damit ist quasi das letzte Wort gesprochen und Jon wird aufgrund seines Ehrgefühls keine Kinder mehr zeugen, Dany kann keine Kinder mehr zeugen und ich weiß nicht, ob ein Drache von alleine mal eben so ein Ei legen kann. Nee, ich glaube auch, dass da Schicht im Schacht ist mit den Targaryens. Genau. Also letztendlich die, die Kreaturen sind aus der Welt raus und damit ist das Thema Feuer auch abgehakt. Also wir hatten Mitte der Staffel war das Eis abgehakt und jetzt ist das Feuer abgehakt. Haben wir damit jetzt auch diesen Teil abgehakt? Ja, vielleicht fällt mir noch was ein. Ja, springen wir mal ein paar Wochen weiter. Ich habe es deswegen so betont, weil es meines, also es ist mir so sehr aufgefallen, dass sie zum ersten Mal gesagt haben, dass sie jetzt ein paar Wochen vergangen sind, dass ich das wirklich gemerkt habe, weil sie es sonst nie gesagt haben. Auf einmal in der letzten Staffel, in der letzten halben Stunde machen sie sich die Mühe, nochmal kurz was zu erwähnen. Man hat es auch ein bisschen dann an Tyrions Bart gesehen. Ja, sie haben schon ein, zweimal Zeiten gesagt in dieser Staffel. Sie haben schon gesagt, das ist ein, zwei Wochen oder das ist eine Woche her oder das ist mal Tage her. Also wenn man darauf geachtet hat, ein paar kleine Angaben hat man da schon bekommen, dass eine gewisse Zeit vergangen ist. Aber ja, hier ist, allerdings macht es auch, ist es auch nicht besonders logisch, dass sie jetzt ein paar Wochen vergangen sind. Weil wenn man auch wieder nach den Regeln der Welt geht, dass zumindest ein Winter auch ohne mystische Kräfte ein paar Jahre anhalten kann, war der Winter ganz schön kurz. Jetzt wo der Night King weg ist, da geht das vielleicht ein bisschen schneller. Ewiger Frühling. Ja, auf Spring. Genau, so heißt ja das überletzte Buch, das dann irgendwann in 30 Jahren mal auftaucht, wenn es die künstliche Intelligenz von Giorgio R. Martin dann irgendwann mal zu Ende geschrieben hat. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Riesen-What dieser Folge, nämlich den Wasserflaschen. Mit den Wasserflaschen. Die habe ich überhaupt nicht gesehen, wo waren die denn? Es stand irgendwo bei Sansa oder bei Brienne, bei Sam stand unten am Stuhl eine Plastikwasserflasche. Weiß man schon, von welcher Firma sie war? Das diesmal nicht, aber ich glaube, es waren in der Tat zwei Wasserflaschen zu sehen in den Szenen. Einmal mindestens neben Sam und dann neben Robert Aaron oder wie der Typ heißt, der sich blamiert hat. Edmure Tully. Edmure Tully, genau. Das ist Frank. Robert Aaron war ja der Junge. Das ist Frank aus Outlander. Und Brutus aus Rome und ein Charaktergesicht, dessen nahm man sich nicht mehr kann. Er hat auch in einer guten Serie mitgespielt, in The Tarot. Kann ich übrigens an der Stelle nur empfehlen, läuft auf einmal so ein Prime. Hier sehe ich die eine Wasserflasche. Ich habe mal durchgespult hinter Sir Davos und dann einmal bei Sun. Ah, okay. Ja, so muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich der einen Kommentatorin bei uns schon recht geben. Das muss echt nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Da muss man eigentlich, dafür gibt es Menschen, ich habe jetzt gerade den Fachbegriff, die haben eine Berufsbezeichnung, Continuity, Director. Was ist mit Requisiteuren? Ja, es gibt definitiv Menschen, die auf sowas achten sollten. Und da muss man doch eigentlich die Regel ausgeben, Freunde, Plastikflaschen malen, alle aus dem Bild. Ja, das ist ein bisschen komisch. Das ist sehr ärgerlich für die letzte Folge. Ich kann es bei dem Kaffeebecher, kann ich es sogar noch verstehen, in einer kompletten aufgebauten Fressszene mit hunderten von Bechern fällt der vielleicht in dem Moment wirklich nicht auf. Aber Plastikflaschen da, okay. Gut, ich habe es jetzt nicht gesehen. Sie haben es in Spanien gedreht und da war es ziemlich heiß und dann in Lack und Leder da rumzusitzen. Kann ich verstehen, dass das passiert. Ja, natürlich, ich kann verstehen, warum sie trinken, aber es gibt halt, wie gesagt, Menschen, deren Job es ist, genau sowas zu achten. Aber gut, ist nicht mein Job, ich muss da nicht drauf achten. Also mir ist es zum Glück beim Gucken jetzt nicht aufgefallen. Also ich kam da jetzt nicht raus aus der Szene. Ich kam halt raus aus mir, als diese Entscheidung mit Ai entschieden wurde. Ja, da brauchen wir einfach mal, also ja, wir haben keinen Entscheidungsträger mehr. Braucht man einen König? Ja, braucht man einen König. Wer kann denn der König sein? Ja, du kannst der König sein. Yay! Ja, der Kerl, der schon im Stuhl sitzt, der den eisernen Thron eh nicht braucht, weil der keine Räder hat. Ja. Also, es war, ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben, das haben sie natürlich nicht gemacht, aber es fühlte sich an, sie haben sich alle Fan-Theorien oder alle Theorien da draußen durchgelesen und haben sich angeguckt, welche ist die am wenigsten, die diskutiert wird. Das ist nämlich die, das Brand ist, wenn man sagt, ha, dann nehmen wir die, damit rechnet keiner. Es passt für mich, also, dass man ihn nominiert, okay. Dass er es annimmt, hm. Ja, es passt halt nicht so richtig zusammen. Das heißt für mich eigentlich, dass er die ganze Zeit der Blofeld im Hintergrund war, der die Fäden gezogen hat, weil er nur an die Macht wollte, ja. Weil er sagt das ja dann auch, wow, das hat alles, it leads all up to this. Ja, deswegen bin ich hergekommen, hat er gesagt. Ja, deswegen bin ich hergekommen, das heißt, er wusste es ja die ganze Zeit schon, das ist natürlich im Nachhinein so ein bisschen, du hast es vorhin gesagt, Anja, so ein bisschen der Indiana-Jones-Effekt, das heißt, alle hätten machen können, was sie wollten, es wäre ja sowieso da am Ende dabei rausgekommen. Ja, also, Bran als dreiäugiger Rabe hätte man einfach nicht erwartet, weil er ja selber gesagt hat, I'm the three-eyed raven, das ist meine einzige Aufgabe, ne, da rechnest du nicht mit, dass der dann in so eine Führungsposition kommt. Er wollte ja auch nicht Lord von Winterfell werden. Ja, weil er wahrscheinlich da schon dachte, nö, ich will Lord von Westeros. Ich werde ja König, ich werde ja König, genau. Also, ja, wir hatten gedacht, wir hatten gedacht, weil Gendry in der Runde saß, hm, vielleicht wird es doch noch Gendry. Chris hatte große Hoffnung. Ich hatte schon echt, war schon drauf und dran für Team Gendry, dachte so, weil das hat mich dann ein bisschen, oder nein, das stört mich schon und da merkt man wieder, dass halt keine Zeit war, Ja, denn jetzt saßen da zwei potenzielle rechtmäßige oder Menschen mit einem ehrlichen Anspruch. Zum einen hätte man ja mal sagen können, hey Leute, der Jon, den wir inhaftiert haben, wisst ihr eigentlich, dass das auch ein Targaryen ist? Und das zweite, hm, also jetzt, wo der Gendry ja offiziell Lord ist, ist er eigentlich ein legitimer Nachfolger. Ja, hm, ja, also, und die letzte Frage, die ich mir gestellt habe, wenn sie denn Tyrion gekillt hätten, dann wäre ja das Haus Lannister nicht mehr existent gewesen, oder? Ja, sind alle weg. Ja, ähm, aber generell nochmal hierzu. Also, also letztendlich, die Entscheidung, wer denn auf dem Thron sitzt, das ist so wieder dieses Problem mit der Checkliste, äh, die haben definitiv eine Checkliste gehabt von George R. R. Martin, äh, was jetzt folgen wird, ähm, wer jetzt, äh, was jetzt am Ende passieren wird. Und, Moment, hier habe ich es jetzt irgendwo, George R. R. Martin hat jetzt auch kurz danach direkt ein Interview gegeben und hat gesagt, ist dann das Ende im Buch das gleiche wie in der Serie? Seine Antwort ist, well, yes, and no, and yes, and no, and yes, and no, and yes. Also, letztendlich, er hat sich das Ganze aufgeschrieben und hat auch diesen Plan, das zu machen, dahin zu gehen, aber dadurch, dass er natürlich ganz viel, dass er immer noch schreibt und ganz viele andere Charaktere noch dazwischen hat, muss es nicht unbedingt in allen Punkten gleich sein. Und vielleicht entscheidet er am Ende ja auch trotzdem, äh, gut, dann ist es Bran doch nicht, weil Bran passt nicht so sehr. Aber letztendlich, was wir hier sehen, ist zumindestens zum damaligen Zeitpunkt, als die Showrunner mit George R. R. Martin geredet haben, sein Masterplan gewesen, wo alle Charaktere enden sollten. Und der Masterplan ist es dann auch gewesen, dass Bran letztendlich auf dem Thron landet. Der Weg dahin, auch das hier wieder, ist was ganz anderes. Vielleicht wurde der Weg dahin uns nicht gut genug erklärt, vielleicht haben wir nicht genug von Bran gesehen, vielleicht sind da noch viele ganze andere Sachen mit drin, die darüber hinausgehen, dass er nur die stumpfe Bibliothek der Welt ist und so. Dass vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Three-Eyed Raven dazugehört. Aber letztendlich, wie gesagt, das ist schon das, von der Checkliste her, was die Showrunner gesagt bekommen haben, so soll es sein. Und so haben sie es dann auch hingeschrieben und das merkt man auch leider, dass sie es einfach geschrieben haben. Aber wenn jetzt, ich habe ja auch gelesen dieses Statement, er hat in dem gleichen Interview auch noch gesagt, dass es noch Jahre dauert, bis die Bücher kommen und er vorher noch tausend andere TV-Shows macht und HBO und Discovery Channel und dieses und jenes, sogar ein Computerspiel. Hm, deswegen sagte ich ja, ich glaube, der schreibt die Bücher nicht mehr, also der ist tot. Ich meine, der sieht auch jetzt nicht so aus, als würde er sonderlich was für seine Gesundheit und Erhaltung tun. Ja, also ich meine, mit mehr Zeit hätte man da halt auch wieder schon einen ganzen Handlung, weil es wäre doch spannend gewesen, darüber mal zu diskutieren. Also ich wollte meinen Lieblingsausdruck Kai aus der Drehbuchkiste nicht schon wieder in Recap packen, aber eigentlich hätte man es schreiben müssen. Denn Bran, ja, ich meine, natürlich ist er dann am Ende jetzt irgendwo so der neutralste Character, aber es macht halt auch diese Three-Eyed-Raven-Nummer irgendwie so pointless. Ja, also, ja, was, was macht der Three-Eyed-Raven? Was ist er eigentlich? Was ist er jetzt? Ja, was macht er jetzt? Wird er jetzt mit magischen Fähigkeiten, wird er, also, nutzt er jetzt seine Fähigkeiten, um ein besserer König zu sein? Dann hätte er es aber wenigstens mal sagen können. Dann will ich aber auch ein bisschen mehr über seine Fähigkeiten wissen. Wird er jetzt ein mega weiser König? Keine Ahnung. Er sitzt ja nur da und hält die Klappe und sagt immer, ja, habe ich Fleisch gewusst. Mehr macht er ja nicht. Er sitzt da, guckt doof und sagt, und sagt die ganze Zeit nur, ja, habe ich Fleisch gewusst. Also, so kann man jetzt auch nicht regieren. Und auch bei dem kleinen Rat später, wir brauchen noch einen Meister der Flüsterer, wir brauchen noch einen Kriegsmeister und noch einen irgendeinen Dritten. Ja, Patrick, schieb mich wieder raus. Okay, tschüss. Ja, aber vielleicht ist es genau das, also, ich gehe davon aus, es ist genau das, was er, wie er regieren will, sein Regierungsstil. Er hat noch den, und er ist ja auch quasi die Neutralität in Personen. Wenn er Entscheidungen treffen muss, dann trifft er so die neutralste Entscheidung, die man machen kann und überlässt den Rest quasi allen anderen. Und also in dem Sinne muss man sagen, ist ja eigentlich Tyrion der neue König, weil der als Hand dann die meiste Macht hat und einfach nur Bran überzeugen muss, dass alles gut ist. Und wenn Bran sagt, ja, habe ich schon gesehen, passt so, dann wird es auch so durchgeführt. Ja, aber das ist doch dann, gut, das ist halt ziemlich einfach. Auch hier wieder, wir brauchen mehr Hintergrundwissen. Das geht einfach nicht so, uns da reinzuschmeißen. Bran, der mag vielleicht auf dem Papier ganz gut als König sein, weil letztendlich der, wie in England, die Queen nicht regiert, sondern das Regieren den Leuten überlässt, die eher die Ahnung davon haben. Aber wie gesagt, Herleitungen und Erklärungen haben wir jetzt hierzu einfach nicht. Dann wird es aber dann irgendwie doch ein unbefriedigendes Ende, oder? Das meine ich ja, sage ich ja. Also letztendlich im Sinne der Serie ist es unbefriedigend, weil wir es einfach nicht sehen. Wir sehen die Checkpunkte, wir sind da und wir sind da, aber wir sehen nicht, wo es hinkommt. Ich meine, ich wiederhole mich hier gerade ständig. Aber deshalb ist es ja unbefriedigend, weil wir diese ganze Reise, wie du es auch in der letzten Folge gesagt hast, wir sehen doch diese Reise nicht, die da passiert. Und wie sollen wir denn emotional investieren in das Ganze? Das funktioniert einfach nicht. So sehen wir ein Highlight-Reel der gesamten Serie, aber das war es dann auch. Naja, aber ich finde schon, dass man eine Art Abschluss findet. Okay, es gibt jetzt einen König, mit dem bin ich jetzt auch nicht 100 Prozent zufrieden. Aber dieser nette kleine Rat, ich fand die Szenen einfach irgendwie nett. Und da hatten wir auch noch diese Szene mit Brienne, wo sie da die Chroniken weitergeschrieben hat, wo sie was über Sir Jamie geschrieben hat. Und Geschichtsklitterung betreibt, ja, in der allerübelsten Sorte. Ja, aber das war nochmal ein schöner Abschied. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ja, also das ist ja mal, also dass sie Jamie ganz gut aussehen lässt, aber seine Heldentat ist eigentlich doch, dass er den ihren König umgebracht hat und tausende Menschen in King's Landing gerettet hat. Ja, oder dass er versucht hat, die Stadt mit dem Glockengeläut auch zu retten. Das sind doch die Heldentaten von Jamie Lannister und nicht das, was sie da aufgeschrieben hat. Jedenfalls war es aber ein schöner Abschluss. Für dich war es ein schöner Abschluss. Ja, dass man es einfach nochmal so gesehen hat, okay, das Kapitel ist jetzt zu. Sie hat das Buch zugeklappt, das ist jetzt vorbei. Ihre Aufgabe ist jetzt eine neue. Genau, aber letztendlich ist es ja dann wieder, was auch viele Fans im Internet kritisiert haben, wie mit den weiblichen Figuren in dieser Serie umgegangen wird. Außer vielleicht jetzt Sansa, obwohl Sansa ja auch dann irgendwie beteuert, dass sie nur durch die Gewalt, die ihr angetan wurde, jetzt zu dem geworden ist, was sie geworden ist. Und was ja auch wieder aus jedenfalls feministischer Sicht her wohl ein großes Problem ist. Und auch hier Brienne steht am Ende nur im Dienste des Andenkens von Jamie und hat quasi kein eigenes Ding, was da rauskommt. Cersei ist in den Armen von Jamie gestorben und Dany ist am Ende ermordet worden, weil sie eine psychopathische Führerin geworden ist. Also die Frauen sind hier nicht unbedingt in der Serie am Ende gut behandelt worden, oder? Ja, teils, teils. Ich meine, die Männer sind auch nicht alle gut behandelt worden, oder? Also, what's the point? Ich wollte gerade sagen, wir haben uns ganze Folgen darüber aufgeregt, dass die Männer ziemlich Idioten sind die ganze Zeit. Aria hat doch ein super Ende. Aria geht jetzt auf Reisen. Aber bei Aria war dann eigentlich auch wieder, die Ausbildung bei den Faceless Men hat für drei Minuten Martial Arts in der dritten Folge herhalten müssen und den Kill von Walter Frey. Und das war's. Naja, aber vielleicht will sie ja auch ihr Leben nicht nur als Assassine beschreiten. Das muss sie ja auch nicht. Also, sie kann doch mit ihrem Leben machen, was sie will. Lass sie doch. Das hat mich übrigens ein bisschen gestört an dieser Episode. Wir haben jetzt dieses symbolträchtige Bild am Ende der letzten Episode gehabt, wo sie quasi als Tod davon reitet, oder was ich jetzt damals hineingedeutet habe. Und am Ende hat sie trotzdem nichts mehr gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe auch das so ein bisschen vermisst. Ich dachte eigentlich ganz am Anfang der Folge, dass, wo Tyrion durch die Straße geht, dass dann irgendwie Aria noch kommt und man das nochmal sieht mit diesem Pferd irgendwie. Und dann stand sie ja irgendwann einfach da bei dieser Armee, wo du fährst, wo ist das Pferd hin? Ja, das war auch, das lief irgendwie ein bisschen ins Nichts. Klar hatte Aria jetzt in der Folge nicht mehr viel zu sagen und nicht mehr viel zu tun. Aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gestört. Für mich war das auch zu Ende erzählt. Weil es einfach Johns Aufgabe war, diese Sache da durchzuführen. Klar. Also ich fand es letztendlich auch gut, wie ihr Charakter jetzt geendet hat. Also das war einer der zufriedenstellenderen Enden. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie in einem Spin-off durch die ganze Welt reist. Jetzt ist zwar ohne Clegane dabei, aber das wäre eigentlich eine schöne Serie. Aria auf Abenteuer tun. Ja, aber ganz ehrlich, das will ich dann wie in diesem Fake-Trailer mit der 80er Jahre Family-Serie, den wir das letzte Mal auch schon verlinkt hatten, dann würde ich das wirklich mit einem etablierten Charakter. Also dann würde ich mir lieber John und Tormund angucken. Ja, und dann hätte man vielleicht auch mal irgendwie noch ein bisschen Charakterentwicklung bei John. Das wäre doch mal was. Ja, stimmt. Also letztendlich, ich meine, für ihn ist ja mehr oder weniger auch dann das perfekte Ende eingetreten. Er wollte sich nie, er wollte nie eine Führerrolle haben. Er wollte nie das und das machen. Das Einzige, was er wollte, war einfach nur im Norden zu leben und bei der Mauer zu sein. Und das hat er jetzt bekommen. Mit seinem Best-Buddy. Jetzt geht er mit dem Wildling in den echten Norden rein. Genau. Ja, ich finde das ganz cool und das ist so schön, dass Ghost nochmal da war. Es hat doch irgendwie alles ein bisschen wieder wettgemacht, worüber sich die meisten auch aufgeregt hatten, dass beim Abschied von Ghost da das Budget zu klein war, um ihm mal so ein bisschen den Kopf zu tätscheln. Fand ich ganz schön, dass das jetzt nochmal aufgegriffen wurde. Aber John hat jetzt auch so ein bisschen so eine wenigstens Mini-Parallele zu Frodo. Als Frodo nach Hause gekommen ist, war er ja auch nie wieder ganz in Ordnung. Und er hat ja auch dafür viel bezahlen müssen, was er alles gemacht hat und dass er den Ring zerstört hat, von dem er am Ende so abhängig war bzw. mitgeholfen hat, den zu zerstören. Und der hat ja auch nie wieder Glück gefunden, nur dadurch, dass er mit den Elben nach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. In den Westen. Ganz in den Westen zieht. Und John zieht jetzt einfach in Norden, ist auch ein gebrochener Mann. Man sieht ja schon, dass er einfach nicht mit seiner Entscheidung leben kann. Und deshalb ist es für ihn so ein bisschen so ein kleines Frodo-Ende. Ja, aber ich finde, das passt ja ganz gut. Ja, ja, ich finde, das passt auch ganz gut. Ach, übrigens nochmal, Mini-Kommentar zu Bran auf dem Thron. Da greift es sich quasi so ein bisschen, das hatte ich eben vergessen, das wieder auf, was Tywin Lannister zu Tommen gesagt hat, was einen guten König ausmacht. Nämlich jemanden, der auf seine Berater hört und versucht, nicht alle Entscheidungen selbst zu führen. Ich meine, der macht keine Entscheidungen selber, aber Tywin Lannister, der eigentlich am meisten wissen musste, was einen guten König ausmacht, ist Bran jetzt in dem Sinne schon die Idealbesetzung. Ja, hat er es jetzt geplant oder nicht? Sind wir immer noch nicht schlauer, ne? Ich glaube, das werden wir nie erfahren. Er soll ja in die Zukunft reingucken können. Er hat ja nichts aktiv gemacht, er hat es ja nicht beeinflusst in dem Sinne. Er hat ja keine einzige Rolle mehr am Ende gespielt, außer dass er gesagt hat, dass er sich dahingestellt hat, um den Nachtkönig anzulocken. Selbst da braucht er ja nicht wirklich irgendwas machen. Er ist wirklich der neutrale Beobachter von allen. Naja, aber indem man nichts tut, obwohl man etwas weiß, tut er ja was. Also er weiß ja Dinge und er hätte ja auch was sagen können. Er hätte ja sagen können, pass mal auf, wenn du da und da hingehst, kommst du nicht mehr zurück. Oder wenn du das und das machst, passiert das und das. Also sein Wissen um sein Nichtstun und sein Nicht-Eingreifen ist ja, ich meine, jeder, der auf dieser Reise jetzt jemand verloren hat, müsste eigentlich zu ihm hingehen und sagen, sag mal, bist du noch ganz frisch in der Birne? Du weißt, dass meine Mutter, mein Hund, meine Katze, Maus, was auch immer, hops, geht und sagst nichts. Du weißt das nett den Kopf ab. Nein, er wusste das ja noch nicht. Okay, gut, das ist doch nicht. Da hat er jetzt mal keine Schuld. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Er ist so ein bisschen wie so ein Jedi-Meister, ne? Ja, der aber nur altklug da her schwätzt und selber nichts macht. Ja. Ich meine, es sind natürlich Anspielungen, jede Menge noch da drin. Ja, man kann sich's auch raussuchen, ne? Also ich denke mal, wenn man da jetzt noch tiefer reingreift. Klar, natürlich. Ich wollte nur kurz, wie gesagt, die Anspielungen auf die ganzen Legenden sind ja da. Also Bran the Broken, das klingt für mich wie Bran the Breaker. Ja, einer, der auch aus den Legenden ein Stark, der da eine Rolle spielt. Nee, Bran the Builder. Bran the Builder, genau, Bran the Builder, genau. Aber gab's nicht auch einen Bran the Breaker? Nee, das war Bran the Builder, der angeblich die Mauer aufgebaut haben soll. Ah, okay, dann war's Bran the Builder. Also klingt ja auch so ein bisschen so ähnlich. Dann gibt's noch einen Charakter, Alyssa Farway, Farman oder sowas. Aus Fire and Blood ist die, glaube ich. Die macht sich ja auch so, auch auf eine Reise gehen, so weit wie es nach Westen geht. Vielleicht greifen sie ja diesen Story-Arc mit einem Spin-Off von Arya wieder auf. Keine Ahnung, weiß man denn schon was über die Spin-Offs? Es waren, glaube ich, fünf angekündigt oder ist denn noch drei übrig geblieben? Ja, also das eine hat man, glaube ich, schon in der Folge, am Anfang der Staffel gesagt. Wird ganz ein paar tausend Jahre davor spielen, ja. Genau, im Zeitalter der Helden. Über die anderen weiß man noch nicht viel, aber George R. R. Martin hat zumindest bestätigt, dass die noch in Entwicklung sind und nicht ganz fallen gelassen worden sind. Also ich hätte wirklich gern so einen Tormund und Jon-Spin-Off und dann mit so ein paar Cameos immer zwischendurch von den anderen. Das finde ich irgendwie toll. Ich glaube, davon werden wir jetzt so gar nichts mehr sehen. Ich glaube auch. Ich glaube auch nicht, weil ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das da oben nicht so viel hergibt. Nee. Also wie ich... Das ist nur Fanservice und Wunschdenken und... Genau, da wird es irgendwelche Fanfilme geben, die das dann mal weiterspielen. Wenn es schneit, rennen alle Jon und the Soul-Cosplayer nach draußen und drehen schnell irgendwie einen Film oder sowas. Übrigens für alle Leser der Bücher haben wir jetzt in diesem Council-Meeting wahrscheinlich das erste Mal außer im Rückblick Howland Reed gesehen, den Vater von Meera und Jojen. Der hat da gesessen neben Sansa. Ich glaube, neben Sansa war das letztendlich. Und der war auf jeden Fall ein großer Freund von der Stark-Familie und von Ned Stark an sich auch. Ich fand es interessant, den zu sehen, auch wenn es wirklich jetzt nur ein kleines Cameo im Hintergrund war. Also ich meine, am Ende muss man ja sagen, ist der Norden ja der große Sieger aus der ganzen Nummer rausgegangen. Definitiv. Ja, ich meine, der Norden stellt jetzt den König. Der Norden kriegt sein eigenes Königreich. In diesem Council saßen fast nur den Starks wohlgesonnene Häuser. Den Starks nicht wohlgesonnenen Häuser gibt es nicht mehr. Keine Ahnung, wie reich das Haus Lannister noch ist. Keine Ahnung. Ja. Naja, Casterly Rock wurde ja geopfert von Jamie in der letzten Staffel. Eben, genau, deswegen sage ich ja, weil man weiß nicht, wie reich die eigentlich noch sind. Und der, der eigentlich am Ende alle outgesmartet hat, weil er nämlich immer das Richtige gemacht hat. Bronn. Bronn. Ja. Ist wirklich der Sieger. Bronn hat einfach nur richtig gewonnen. Und Casterly Rock hat übrigens nichts mehr, gar nichts mehr. Die sind pleite, ja. Die sind pleite, die haben noch in irgendeiner Folge damals gesagt, dass die Minen komplett leer sind und die eigentlich nur auf Pump gelebt haben. Und deshalb war ja auch der Deal mit der Iron Bank da. Ja, also der Einzige, der es richtig gemacht hat, ist Bronn. Ich meine, da haben sie zwar, wie gesagt, auch den Bock zum Gärtner gemacht, so einen zum Finanzminister, weiß ich jetzt nicht. Aber das kaufe ich jetzt einfach mal um den Gag. Und diese letzte Szene, die war schön. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich innerlich so wirklich meine Freude gehabt. Das war nochmal so diese Geschichte mit dem Stuhl, den Tyrion da zurecht zuppelt. Ja. Da gibt es ja auch die Szene, als sein Vater ihn zum Master of Coin macht, wo er dann auch reinkommt und erst an diesem komischen Hocker sitzen muss. Den dann so extra laut und langsam wegschiebt und dann sich so den Rosenstuhl holt und dann zurecht zuppelt. Und ja, auch die Besetzung. Ich fand es dann auch schön, dass dann jeder jetzt noch so eine Rolle hat. Wie gesagt, sogar der Patrick darf ein bisschen was machen. Und Brienne hat einen würdigen Posten gekriegt. Das war, glaube ich, genau das Beste, was man da hätte machen können, die auf den Kingsguard Posten zu hocken. Ja, gut, Davos als Marineminister, whatever ist. Bei Sam ist mir allerdings kurz so, im Maester haben die irgendwie so ein Gelübde oder sowas. Also so ein offizielles, dass sie inoffizielles nicht dran halten. Ja, aber das ist ja jetzt ein Verheirateter mit Kindern. Ja, ich glaube, bei den Maestern ist das alles nicht so schlimm oder nicht so dramatisch. Außerdem ist das Kind ja schon da, von daher. Ich fand es eher ein Problem, dass er jetzt so kurzfristig zu einem Grand Maester gemacht wurde. Ich glaube, normalerweise ist die Ausbildung schon deutlich länger als nur so ein paar Monate oder so ein Jahr lang. Ja, und vor allem die Zitadelle und so, die gibt es ja noch. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt keine mehr hätten. Und die war immer größtenteils in den Büchern unabhängig von allem anderen. Vielleicht hat der König ja gesprochen und hat gesagt, Bran, so, du bist jetzt hier Grand Maester. Ja. Vielleicht als Vertreter der Zitadelle da in Ehrentitel. Ja, aber es ist doch schön, also alle in ihrer Tracht zu sehen. Es war eine schöne Szene, ja. Ja, auf jeden Fall. Und auch dieses Song of Ice and Fire Buch, in dem Tyrion nicht erwähnt wurde. Ja, auch das fand ich eine schöne Geschichte, ein schöner Abschluss. Dann auch diese kleine Diskussion, wo die Kamera rausfährt. Das war wirklich eine schöne Geschichte. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist so nochmal ein bisschen so leichtherzig am Ende und so. Das war wirklich eine schöne Sache. Und dann nochmal der letzte Abschluss. Aber jetzt mal die Nachtwache, da dachte ich mir so, die gibt es doch gar nicht mehr. Und selbst wenn es da noch versprengte Nachtwächter noch gibt, der Sinn hat sich ja eigentlich erledigt. Oder kann wieder ein Night King kommen, kommt alle tausend Jahre ein neuer Night King. Also letztendlich der Sinn der Nachtwache ist ja jetzt in dem Fall nur noch, dass man die ganzen Ausgestoßenen dahin verlagert. Und wer hatte das gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es in der Folge gesagt hat, es wird immer einen Nutzen für die Nachtwache geben. Hat das nicht Tyrion dann zu Jon gesagt? Und klar, das ist halt ein super Gefängnissystem, ohne dass sich dann keiner mehr kümmern muss. Weil es ist ja eh am anderen Ende der Welt. Also schicken wir die Leute dann immer noch weiter dahin. Ja, aber es macht keinen Sinn. Also ich meine, so hatten ja wenigstens noch manche mit einem Ehrgefühl dann noch eine Aufgabe, die sie dann auch ernst genommen haben. Aber jetzt kannst du keinen irgendwo hinschicken in Castle, um sich selbst zu bewachen, mit dem Schwur nicht abzuhauen. Also das macht keinen Sinn. Sie haben ja Jon da. Ja, aber Jon ist doch auch gleich abgehauen. Der hat doch das Tor aufgemacht und ist abgedampft. Also ich meine, der ist ja abgehauen, wenn du ehrlich bist, ja. Also ich meine, das wird wahrscheinlich keiner strafverfolgen, der wird keine Anklage erheben, ja. Aber de facto ist er eigentlich ja getürmt, mal wieder. Stört aber, glaube ich, keinen, weil der Norden da ganz egal ist. Es stört keinen. Ich hatte auch, ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass man Turm und auch sieht. Ich habe mich voll gefreut. Ja, haben wir noch was oder müssen wir jetzt so langsam hier die Segel streichen, unsere Schwerter einpacken und die Welt dann vorerst verlassen? Segel ist doch ein gutes Stichwort. Du hast nämlich eben gefragt, wo die Eile auf Nars ist oder wo Nars ist. Ja. Das ist ganz tief im Süden, also Westeros ist, wie schon der Name sagt, auf der Karte ziemlich weit links, ist so ein bisschen in der Ecke Amerika und so. Und wenn man die Eile auf Nars nimmt, sind die sehr stark im asiatischen Raum, ich habe keine Geografiekenntnisse, aber ganz weit unten im Süden, mehr Südosten als Süden. Ich würde eher sagen, sowas wie Französisch-Polynesien oder Polynesisch-Französisch, keine Ahnung, wie hieß das Ding nochmal, da unten, wo die ganzen Inseln versprengt sind und wo quasi nichts ist außer Wasser. Okay, gut, if you say so, dann sollen wir das recht sein. Tja, dann packen wir jetzt mal unsere ganzen Utensilien wieder ein, suchen uns die nächste Serie, warten auf irgendein Buch, irgendein Spin-Off, das da mal kommt, dass wir die Game of Nerds wieder beleben können. Ich weiß ja jetzt schon, dass es nochmal einen zweiten Peak in den Hörerzahlen diese Serie gibt, nämlich wenn das Ganze auf RTL 2 dann ausgestrahlt wird. Hallo RTL 2 Zuschauer in einem Jahr. Fühlt euch gegrüßt. Vielleicht haben wir zwischendrin ja noch was gemacht. Also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall noch ein Game of Thrones-Komplett-Recap mal machen, um so über alles zu sprechen. Da muss ich mir aber nochmal so zwei, drei, vier Folgen so zwischendrin nochmal so anschauen. Dann sollten wir ein bisschen über die Kommentare, die wir erreicht haben, sprechen. Und dann weiß ich ja, wie gesagt, dass die beiden Professoren Linda und Jörg mit sehr konträren Meinungen über diese Staffel und die ganze Serie noch was zu sagen haben. Ich glaube, da gibt es nochmal eine ganz spannende Folge. Was uns nochmal interessieren würde, ist natürlich das Tippspiel. Stimmt, da war ja noch was. Oh, 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 jetzt bin ich gespannt. Das Tippspiel. Wer aufmerksam zugehört hat, weiß eigentlich, wer gewonnen hat. Nämlich keiner. Weil der letzte Tote war jetzt halt noch Daenerys. Ja. Und den hatten Anja und ich auch richtig. Wir haben beide zehn Punkte. Du verharrst auf sieben Punkten. Ja, Michael. Also von daher, Fatcon wartet drauf, dass du da nackig aufs Panel kommst. Es ist interessant, ich muss mir den Zettel dann doch nochmal durchsehen, weil auf der Arbeit, bei dem Zettel hatte ich letztendlich vierzehn Punkte. Ach, Quatsch. Also ich war wirklich guter Dinge, weil ich echt dachte, die machen Gendryer. Dank nochmal. Hat irgendjemand gebracht? Habt ihr denn auch die Minuspunkte gezählt? Muss man da auch Minuspunkte zählen? Na, muss man nicht. Naja gut, also ein Pluspunkt ist, wenn man es richtig wählt, ob tot oder falsch, dann gibt es die extra Punkte unten. Und wenn man Weißer Wanderer bei irgendwas gesagt hat, gibt es den Weißen Wanderer immer einen Minuspunkt. Ach. Nee, es hat aber niemand Weißer Wanderer gesagt. Okay, alles klar. Niemand. Ich hatte mal aus Gag gesagt, dass Cersei vielleicht als White Walker wiederkommt. Aber dann hatten wir noch die Geschichte mit dem Wiedergänger und Weißer Wanderer und so weiter. Nee, es hatte sich da, hatte sich niemand drauf. Festgelegt. Das Einzige, was wir durchgestrichen hatten, war die Geschichte, wird Podricks Geheimnis gelöst. Aber keiner konnte sich mehr an das Geheimnis erinnern, was das eigentlich gewesen ist. Ist dir auch nicht mehr eingefallen inzwischen. Naja, das Geheimnis ist letztendlich, wie er so gut im Bett sein kann. Das ist das Geheimnis, wir werden es nie erfahren. Also vielleicht haben wir es erfahren. Vielleicht haben wir es erfahren dadurch, dass er ja bei dem Spiel dann doch den Becher erhoben hat und getrunken hat und sich damit quasi immer noch als Jungfrau geäußert hat. Heißt, er hat kein Geheimnis, sondern es war alles nur Gerüchte. Das kann natürlich auch sein, aber wie du gerade gesagt hast, wir werden es nie erfahren. Von euch, liebe Hörer, wollen wir aber noch was erfahren, nämlich zwei Sachen. Zum einen, wie gesagt, immer das Feedback an info at nerdizismus.de oder eine Bewertung auf iTunes, ein paar Sterne und da ein Kommentar. Da freuen wir uns auch immer sehr. Und dann würden wir von euch gerne wissen, welche Serie wir in Zukunft vielleicht auch so eng begleiten sollen wie Game of Thrones. Wir haben selber schon ein paar Ideen neben unseren Shows, die wir schon haben. Der neue Trailer zu Westworld ist rausgekommen. Es geht mit The Walking Dead auch im Herbst wieder weiter. Die PK-Serie natürlich wird eine Rolle spielen bei den Track Nerds. Da wird auch Discovery weitergehen. Aber vielleicht wünscht ihr euch ja eine Serie, die jetzt kommt. Es wäre ganz gut, wenn es eine ist, die dann auch neu anfängt, damit wir dann vielleicht gleich dabei sind. Und die zweite Bedingung, weil es nur so wirklich auch ein bisschen Spaß macht, keine Serie, die sofort in einem Rutsch veröffentlicht wird. Weil es ist ein bisschen, also wir empfinden es immer als ein bisschen sinnfrei. Zum Beispiel, das machen wir, deswegen machen wir auch nicht zu Stranger Things. Da werden alle Folgen am Stück veröffentlicht. Da können wir keine Recaps machen. Also wir sehen keinen großen Sinn in wöchentlichen oder folgenmäßigen Recaps, wenn jeder schon die ganze Serie in einem Wochenende durchgebinged hat. Also vielleicht irgendwelche Serien, die wöchentlich erscheinen. Und da könnt ihr uns gerne ja mal ein paar Vorschläge schicken. Aber ich weiß, dass das Forever Nerd Girl was geplant hat zu? Ja, zu der allerneuesten Staffel von Lucifer. Da werde ich demnächst ein bisschen drüber quatschen. Und wir quatschen auf jeden Fall live am 8. und am 9. Juni auf der FEDCON in Bonn. Am 8. gibt es unser Nerd Quiz. Ich glaube um 15 Uhr auf der FEDCON in Bonn. Da treten gegeneinander an das Discovery Panel als Titelverteidiger gegen einen Babylon 5 Podcast, nämlich den Grauen hat. Und am Sonntag haben wir unseren Cast Blast, diesmal zum Thema Toxic Fandoms. Da wird es ganz sicherlich auch um Game of Thrones gehen und die unterschiedlichen Reaktionen der Fans. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, so Toxic war es gar nicht. Es wurde diskutiert, aber es war jetzt ehrlich gesagt bei Discovery oder bei Star Wars ist mehr Beef drin in der Diskussion. Da wird auch auf jeden Fall zu Gast sein der Sascha von Sie reden, der Raphael vom WhoCast und mal schauen, wer da sonst noch mit uns auf dem Panel ist. Da sind wir gerade dabei, das zusammenzustellen. Ansonsten hat der Michael ja schon vorhin gesagt, geht auch Nerdplay weiter, die Cosplay Show. Da haben wir einen oder eine neue Moderator oder Moderatorin gefunden. Wer das ist, das werden wir euch in den nächsten Tagen verraten. Und er oder sie wird auch auf der CCXP, weiß gar nicht, ob man das dann Comic Con Experience ausspricht, voll oder wie auch immer heißt, auf jeden Fall der Nachfolger der Roleplay Convention in Köln sein und wird dort ein Panel moderieren. Und wir sind samstags auch dort und spielen da auch unser Nerdquiz. Also wer auf der CCXP ist, am Donnerstag gibt es ein Cosplay Panel mit Nerdizismus und Nerdplay und am Samstag spielen wir dort auf der Ultra Stage das Nerdquiz. So, das war es soweit von mir zum Organisatorischen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und euch beiden ja bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Serie. Tschüss. 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 Tschüss.